Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu diesem neuen Video. Und ja, ihr merkt es wahrscheinlich schon, ich muss ein bisschen leiser reden. Ich hoffe, es stört euch jetzt nicht des Weiteren. Nämlich seht ihr es bereits im Titel eingeblendet. Es gibt einen Charity Stream. Falls ihr euch fragt, wofür? In diesem Charity Stream werden Hunden aus Rumänien Hilfe angeboten. Wir haben ja, also ich und meine Familie haben selber vier Hunde. Davon sind drei auch aus Rumänien, aus dieser Foundation, also aus dieser Gemeinschaft sozusagen. Und das ganze Geld, was wir am Sonntag im Charity Stream dann sammeln werden, wenn wir alles in einem separaten Video, dann alles an diese Assoziation spenden. Und ja, der Stream findet am Sonntag statt, dass das letzte Wochenende ist, wo ich noch in der Schweiz bin. Da wir dann eine Woche in die Ferien gehen. Und ja, deswegen ist er ein bisschen vorverschoben worden, der Charity Stream. Also Sonntag, der Stream, ich würde sagen so, es müsste um die 10 Uhr starten. Vielleicht auch früher. Wir streamen mindestens zwölf Stunden, Jungs. Zieht euch das rein. Zwölf Stunden Charity Stream. Ich weiß nicht, wie viel wir zusammen kriegen. Mal schauen. Ich hoffe, so viel wie möglich. Und ja, ich werde euch dann auch noch vermutlich einen Link zu ihrer Webseite mal in die Beschreibung packen, damit ihr, also jetzt nicht in die Videobeschreibung, sondern dann im Stream in die Stream-Beschreibung packen, damit ihr auch seht, wohin das Geld geht. Und ja, damit das Ganze dann gut ist. Ihr könnt natürlich auch direkt an sie spenden, aber wenn ihr halt über mich geht, dann sieht man halt im Stream viel gespendet wird. Aber ihr dürft auch gerne einfach separat an sie spenden. Also jede Hilfe ist gern gesehen. Und ja, da ich ja leider über Tippy Stream nur 75% der Spenden auch bekomme, dementsprechend könnte ich halt auch nur 75% der Spenden an die Assoziation überweisen. Aber ich hoffe, es kommt so viel wie möglich zusammen. Ich weiß nicht, was realistisch ist. Ich nehme mir mal als Ziel 100 Euro. Ich weiß nicht, wie viel wir schlussendlich schaffen werden. Es ist ja das erste Mal, dass ich einen Charity-Stream mache. Dementsprechend habe ich keine Vorstellung, wie viele Leute da überhaupt drauf aufmerksam werden. Also falls ihr ein gutes Herz habt, Jungs, teilt einfach den Stream. Sagt es euren Freunden, sie sollen einfach am Sonntag um 10 Uhr in meinem Stream vorbeischauen. Ich werde wahrscheinlich auch schon ein bisschen früh anfangen zu streamen. Und ja, das sollte eigentlich für das Video gewesen sein. Falls ihr mir natürlich nicht glaubt, dass ich das Geld nicht selber behalte, sondern an sie spende. Ich werde eben, wie gesagt, dazu ein separates Video machen, wo ich ihnen das Geld... Also ich weiß nicht, wie ich es ihnen dann übertragen werde. Ob ich es über ihre Website mache, sodass ihr halt... Also dass ich darüber ein Video machen kann. Aber meine Mutter hat gesagt, es wäre einfacher, ihnen das Geld über Paypal zu geben. Das Ding über Paypal ist halt, dass man da halt alle Account-Daten sieht und ich dann gefühlt den halben Screen wegpixeln müsste. Das wäre halt auch nicht so ideal. Ich werde schauen. Am besten spende ich sie dann über ihre Seite. Aber sie haben halt nicht wirklich eine Webseite in dem Sinn. Sie haben halt eine Facebook-Seite. Und ja, so viel soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann hoffentlich beim Charity-Stream. Oder auch schon heute im Stream. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Und ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Macht's gut. Schönen Tag noch. Und ciao. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch.